Land auf, Land ab mit Transa. Travel und Outdoor. Swiss Military Hannover. Sport- und Lifestyle-Uhre. Und SBB Railway. Wie viele Facetten hat eigentlich die Schweiz? 5? 20? Oder noch mehr? Kommen Sie doch einfach mit und finden Sie es raus. Nicole Bircher geht für Sie auf Entdeckungsreise. Atemberaubend, inspirierend, spannend. Heute sind wir in der Region Bad Zurzach direkt an den deutschen Grenzen unterwegs. Inspiration Natur und fliessendes Wasser. Die Region Bad Zurzach ist geprägt durch eine vielseitige Hügellandschaft. Durch das Wasser vom Rhein und von Bodenschätzen. Man kann sagen, das Wasser hat Leben auf Bad Zurzach gebracht. Bereits schon die Römer waren da und später auch die heilige Verena, die heute das Wahrzeichen der Region ist. Im Mittelalter ist die Region durch den Wasserweg auch sehr wichtig gewesen für europäische Kaufleute. Und auch heute spielt das Wasser immer noch eine wichtige Rolle. Wir starten unsere heutige Sendung beim Rappenschnabel. Tönt ein bisschen lustig, aber von da hat man wirklich ganz gute Aussicht auf die ganze Region. Man sieht auch die ganzen Hügellandschaften und man hat sogar einen Blick bis zum Schwarzwald. Ja, es ist ja unsere letzte Sommerstaffelsendung und wir haben gedacht, wir möchten euch zu Hause eine Region zeigen, die man zwar kennt, aber irgendwie doch noch nicht so richtig kennt. Wenn ihr Lust habt, begleitet euch doch durch diese spannende Region hier. Wir gehen jetzt erst einmal durch Ab. Die Region ist bekannt für die Bodenschätze. Anfangs 20. Jahrhundert hat man in diesem Gebiet schon noch Kohle und Salz gebohrt. Doch nicht nur Salz hat man damals gefunden, sondern man ist auch noch auf eine Quelle mit heissem Wasser gestossen. Damals war der heutige Bodenschatz nicht so interessant. Während der Kriegsjahre hat man Salz gebraucht und kein heisses Wasser. Und somit ist die Quelle abgedichtet worden, aber ganz vergessen hat man sie nicht. Heute baut man da zwar kein Salz mehr ab, aber die Bohrtürme prägen das Ortsbild immer noch. Und da stehen wir jetzt vor so einem Salzbohrturm. Heute ist dieser Turm hier nicht mehr in Betrieb. Jetzt bin ich gespannt, wie es dir aussieht. Freddy ist seit über 10 Jahren pensioniert. In seiner Freizeit malt er gerne und interessiert sich für die Geschichte dieser Region. Und da jetzt auf diesem Gebiet, da hat man das Salz gefunden. Also da knapp 300 Meter unter dem Boden hat es eine grosse Fläche Salz, eine 20 Meter starke Salzschicht gehabt, die jetzt halt ausgelaugt ist durch die Salzgewinnung. Das ist ein Ehemalzer-Meerboden, der dann überlagert worden ist von anderem Gestein. Was bedeutet dir jetzt dir ganz persönlich den Bohrturm? Du bist ja viel da. Ja, ich bin viel da. Ich mache da Führungen. Für mich ist es eben ein sichtbarer Zeug. Ich kann einen anlangen, ich kann reingehen, ich kann die Maschinerie hier drinnen anschauen. Und ich kann mir das ganze Szenario vorstellen, wie das gelaufen ist, wie da einer mit dem Velo von Turm zu Turm gefahren ist, immer wieder ein bisschen Öl reingegossen hat, dass das Zeug läuft. Und geschaut hat, dass die Transmissionsrieme nicht rausgefallen sind. Und hast du das Gefühl, wie haben die da gearbeitet? Das war vor allem ein Mann, der verantwortlich war für die ganze Reihe von Turmen. Ein einziger? Ja. Der musste schauen, wie es der Karra läuft. Und was sind denn die Bohrtürme? Seien die 24 Stunden am Laufen? Die sind permanent gelaufen. Also jetzt holst du kein Salz mehr mit ihnen, oder? Oder könnte man jetzt einfach sagen, man holt noch einmal? Nein, das kann man nicht. Was weg ist, ist weg. Es regnet sich nicht im Boden. Das ist Salz, das sich angesammelt hat bei der Verdunschung eines Meeres. Und diese Schicht gibt es nur einmal. Nach dem Zweiten Weltkrieg, wo es der Wirtschaft wieder ein bisschen besser ging und der Tourismus wieder attraktiv wurde, hat man sich an das heilende Wasser erinnert. Nach vielen Versuchen hat man im Jahr 1955 die Hauptquelle gefunden. Nachdem man das Wasser gefunden hat, Jetzt sitzen wir ein bisschen wie die Leute anzumal gesessen sind, wo sie das Wasser gefunden haben, oder? Du meinst 1955? Ja. Man hat den Rock hochgetan und in das gesunde Thermalwasser baden. Ja. Das stimmt, ja. Wie reagierten die Leute, wo man das Wasser gefunden hat? Das war ja eine riesige Spannung, oder? Wir haben ja über Monate bohrt und es ging so richtig gegen das Ende zu, weil die Finanz nicht mehr gelangt hätte, um noch lange nach dem Wasser zu bohren. Und kurz bevor die finanziellen Mittel aufgebruchten sind, hat das Wasser gespruggelt. Und dann ist es riesig fest entstanden. Die Kielenglocke haben geläutet, es war Freinacht in Bad Surtsach, die Schüler haben am anderen Tag freigegeben. Also ein riesiges Spektakel gewesen. Und was bedeutet das Wasser heute den Leuten? Das ist enorm viel. Also wenn man denkt, was damals wahrscheinlich noch nie mehr gewusst hat, aus dem Wasser entstanden ist, mit dem Thermalbad mit über 100 Mitarbeitern, mit der Reha-Klinik, natürlich die ganze Hotellerie, die entstanden ist, Mineralquellen, die das Mineralwasser europaweit vertrieben kann, also ganz viele Geschäftszweige, die entstanden sind, viele Mitarbeiter, die heute an dem Wasser eigentlich buchstäblich hängen, also eine ganz grosse Erfolgsgeschichte. Wir sprechen immer von dem Heilwasser. Was ist genau der Nutzen? Also als Heilwasser braucht es ja verschiedene Definitionen, dass das Heilwasser anerkennend sind. Das eine ist die Temperatur. Also es hat mindestens 25 Grad oder wärmer sein, wie es aus dem Boden kommt. Und mindestens 1000 Milligramm an den guten Mineralien. Und das Thermalbad zur Ursache hat das Glück, dass unser Wasser über beides verfügt. Gute Mineralien und sehr, sehr warm mit 40 Grad. Und es ist sehr gut gegen muskelskeletarische Probleme, Neurologische Probleme, also die Rheumaliga und die Rheumaklinik, wie es früher geheißen, ist eigentlich aus dem Thermalwasser so entstanden. Und das ist ein grosser Nutzen, auch für die Spitzensportler, für die Muskulatur, zum Entspannen, zum Durchbluten, den Stoffwechsel wieder zu aktivieren. Also hat es sehr viele gute Eigenschaften. Dank dem Pioniergeist von unseren Vorfahren können wir das Phänomen aus dem Boden immer noch erleben. Hier in dieser Region ist eine Person sehr aktiv. Ich darf euch jetzt noch nicht verraten, wer wir jetzt gerade treffen werden. Aber ich bin überzogen, dass ihr alle die Figur und auch die Familie kennt, die seine Mutter erfunden hat. Um diese Person zu treffen, führt uns den Weg weiter durch den Tierpark zum Naturschutzgebiet auch ein bisschen rein. Und in der Zwischenzeit schauen wir bei den Outdoor-Profis vorbei. Ihres Zuhause ist die Natur. In vier Episoden schicken wir unsere Outdoor-Profis zum ersten Mal auf einen 4'000er. Willkommen in einer anderen Welt! Tamar, Analea und Ursina. Auf sie warten Steigeisen und Seile, ein Zwischenfall, eine Übernachtung auf dem Gletscher und einen steilen Anstieg auf den Gipfel. Werden diese drei Frauen den Kälte, den Wind sowie den ganzen Strapazen Stand haben? Wir werden sie sehen. Begleitet werden sie vom erfahrenen Bergführer David. In den letzten Episoden sind sie mit Steigeisen und Seil drauf und die Nacht haben sie auf dem Gletscher verbracht. Es ist vier Uhr am Morgen. Auf 3'800 Meter ist man schon länger wach. Jetzt geht es los, Richtung Gipfel. Ich habe ziemlich gut geschlafen. Ich bin ein paar Mal erwacht, aber es war mega warm. Und das hat ein Fakt, das habe ich nicht gedacht. Am Monat angenehmsten war es, am Morgen wieder die Klammen, noch feuchte Hose reinzugehen, vor der Gletscherspalte. Und die Zocken, aber eigentlich gut insgesamt. Die letzten Höhemeter bis zum Ziel sind die intensivsten. Das Herz klopft, jeder Schritt ist anstrengend, die Beine werden müder, die Luft ist dünner hier oben, dazu blasst ihnen der Wind um die Ohren. Jetzt kommt der Moment, wo sie sich selber nochmals fest motivieren müssen. Jeden Fällschritt braucht gerade doppelt so viel Kraft. Und endlich, der Gipfel auf 4'000 Meter oben ist erreicht. Und auch wenn man gerade nicht viel sieht, das Gefühl, wenn man hier oben ankommt, ist überwältigend. In diesem Moment vergisst man wahrscheinlich alle Strapazen. Den Aufstieg habe ich eigentlich recht gut erlebt. Ich habe aber nur so ganz dünne Fingerhänschen zuerst gehabt. Und dann habe ich relativ schnell Kälte gemerkt. Dann habe ich von Tamar und von Arna Hände bekommen. Und da war ich schon recht froh, das war dann gerade angenehmer. Ich fühle mich eigentlich gut auf dem ersten 4'000 Meter. Es ist nicht gerade mega warm. Und ich habe das Gefühl, wenn wir dort unten sind, freut man sich noch mehr darüber, was man da überhaupt erreicht hat. So als Erfahrung, dass ich gleich mehr aushalten kann, als ich eigentlich gedacht habe. Und das ist ein Fakt, dass ich bei unangenehmem Wetter gleich hochlaufe, dass ich das unbedingt weiterhin machen will. Das schönste Erlebnis ist für mich eigentlich immer, gesund wieder zurückzukommen. Und einfach mit guten Leuten unterwegs zu sein, finde ich super. Jetzt nach dem schon mega tollen Erlebnis, freue ich mich aber wirklich sehr, sehr fest auf eine heisse Aufi. Etwas, was so ein bisschen von Ihnen wärmt. Das Nachtlager wird jetzt noch sauber zusammengeräumt und diese Aufi gönnen wir Ihnen. Wir sagen Gratulation Tamar, Ursina und Analia für die Viertausinger und danke David für das Sichern rauf und runterbringen. Zurück wieder in der Region Zurzach, bei den Auechlieri. Und da treffen wir den Roy. Er ist der Sohn von Edith Oppenheim, die Erfinderin von Papamoll. Weisst du, dass ich lesen gelernt habe mit den Papamoll-Büchern? Ja, was? Ja? Ei, ei, ei. Wir hatten schon einen ersten Fan, eine Fanin. Nein, das hatte ich immer wirklich sehr gerne. Wie hast du deine Mami zu damaliger Zeit erlebt? Meine Mami habe ich erlebt, als ich bei uns in die Schule ging, dass am Abend, nach der Nacht, als sie gekocht hat, dann ist sie in unserer Stube in die Hinterstecke, da hatte so ein Pult, und dort begann sie zu zeichnen. Dann hat sie Papamoll gezeichnet, wir schliefen und sind am Morgen am 6 Uhr aufgestanden. Und es hat es gegeben, dass sie am 6 Uhr, wo wir aufgestanden sind, immer noch gezeichnet hat. Hat sie sich auch ein wenig inspirieren lassen von eurer Familie? Ihr seid ja glaube auch drei Geschwister, oder? Absolut. Wir sind das Vorbild. Den Hund haben wir auch gehabt. Und der wurde natürlich immer wieder ersetzt. Hunde wären ja nicht so alt. Ich sage immer, in den ersten 20 Jahren von meinem Leben haben die Geschichten den Ursprung in der Familie. Und heute, wenn du ein Kind siehst, was geht dir ab im Kopf? Was weisst du an die Kinder, die immer noch strahlende Augen überkommen, wenn sie an Papamoll denken? Ja, das Schöne ist, dass es offenbar gewisse Sachen gibt, die immer gleich bleiben, oder? Und Papamoll ist offenbar eine solche Findung, die mit Humor zusammenhängt, die etwas Urmenschliches beinhaltet, was uns alle irgendwie angeht, wo der A-Effekt kommt. Schau, das hätte mir auch nicht passieren. Und die Kinder spüren das. Spannend. Und wahrscheinlich hat Papamoll einen Grossteil von uns allen auch mal begleitet. Und unser Weg geht weiter. Weiter zum Rhein über die Grenzen. Schon zu alten Zeiten hat man dort die Fähre genommen, um in Schwarzwald nach Deutschland zu kommen. Und dann geht's weiter. Danke schön. Du bist ein bisschen, wie kann man sagen, der Captain vom Rhein? Also, nein, nicht ganz. Wir sind alles ein bisschen Captains. Also, Pontanier sind vom Wasser zuhause, und das ist Teamwork. Und das ist jetzt die Nebenbeschäftigung, die wir vom Pontanier-Fahrverein aus. Aber einen Motor hast du keinen dran, oder? Nein, das ist alles Wasser. Wir stellen das Schiff 45 Grad in die Strömung, und der Rest macht Kraft und zieht uns an diesem Gierseil über den, wo hier ein Wasser kommt. Und fahren kannst du dann immer? Ja, eigentlich schon ausser, wenn es mal durchregen ist, dann stellen wir sie ein. Und sonst, je nachdem wie der Wasserstand ist, aber sonst eigentlich viel in Betreuung. Ich habe uns gefreut. Tschüss Nico. Ciao. Ciao. Es war spannend, die Region hier zu entdecken. Und wie wir schon ganz am Anfang der Sendung gesagt haben, es ist ein Ort, der sehr viel bietet, der aber trotzdem noch etwas unentdeckt ist. Auf jeden Fall hat es uns ganz viel Spass gemacht. Ich hoffe auch, euch zu Hause hat es gefallen. Danke vielmals, dass ihr uns auf der letzten Folge unserer Sommerstaffel begleitet habt. Wir wünschen euch allen weiterhin eine ganz gute Sommerzeit. Machen Sie mit und gewinnen Sie einen Gutschein vom Parkhotel Bad Zurzach und Bad Zurzach Tourismus. Der Preis beinhaltet eine Übernachtung in einer Junior Suite inklusive zum Morgenessen für zwei Personen, sowie den Eintritt für das Thermalbad und Spa. Und dazu gibt es noch eine Uhr von Swiss Military Hannover. Unsere heutige Wettbewerbsfrage ist, was hat man gefunden, wo man noch Salz gebohrt hat? Ist das A. eine Ölquelle oder B. Thermalwasser? Mitmachen kann man online auf landauf-landab.ch oder mit einem Mail an landauf-landab.ch. Der Teilnahmeschluss ist am nächsten Montag. Unsere Sommerstaffel endet mit dieser Sendung aus dem Gebiet Bad Zurzach. Das Team von Landauf-landab bedankt sich bei allen Zuschauern fürs Zuschauen. Wertvolle und schöne Momente haben wir auf unseren Reisen quer durch die Schweiz mit Ihnen erleben. Auf Wiedersehen und bis bald!